Hallo! Hi, ich bin die Freundin von der... Maya! Hallo! Yada yada yada! I love you, Furby! Stimmst, Furby? Ja! Warte mal! Er wird bald eine Prinzess, merke ich! Oh yeah! Prinzess! Prinzessin! Der meckert ja nicht mehr rum, dann benimmt er das nicht wie eine Prinzessin. So, also, wir... Morgen ist Fasching. Wir planen schon alles. Ich zeig euch jetzt die Ganschuhe, dich ernsthaft. Komm! Ich gehe als Tüffi und ich ziehe diese so an. Wip, wiu! Ja! Und hier nochmal die Jasmin. Und jetzt mein Frau! Wuuu! Großaufnahmen! Du küsst mich, oder? Ja, ne? Du bist nur lau. Und hier liegt Goofys Kopf. Oder ist das doch mein Arsch? Nein! Ist mein Arsch die Fässer oder nicht? Natürlich! Okay! Dann mach ich mal eine... Hey, muss Christian eigentlich? Hilfe! Warte! Jetzt tut ihr alle so, als ob hier ein Erdbeben... Ah! Ah! Erdbeben! Ah! Warte...